Musik Forsthoff kann als Bereicherung seines bekannten Schweißgerätesortiments für Planer und Verarbeiter nun ein brandneues Produkt, den Gurtbandschweißautomaten Vorplast B70 präsentieren. Dieser Schweißautomat ermöglicht dem Planenhersteller die Verschweißung von 70 mm breiten Gurtbändern. Nach einer schnellen und unkomplizierten Einrichtung des Gurtbandes auf der stabilen Abrollvorrichtung und der Positionierung des Automaten wird die Schweißeinheit mit ihrer robusten Bandschweißdüse und leistungsstarken 4000 Watt aufgeheizt. Musik Die Schweißgeschwindigkeit wählt der Planenverarbeiter an der stufenlosen Geschwindigkeitseinstellung aus. Musik Nach Einschwenken der Schweißeinheit fährt der Vorplast B70 automatisch an und schweißt das Gurtband vollflächig und zuverlässig auf. Hierbei presst die besonders breite Silikonanbrückrolle das Gurtbandmaterial sicher an. Eine leichte und entspannte Führung des Automaten unterstützt den schnellen und unkomplizierten Prozess der Gurtbandverschweißung. Der Vorplast B70 überzeugt durch sein robustes und stabiles Gehäuse und den starken Getriebemotor. Seit 30 Jahren überzeugen Vorsthoff Heißluftschweißgeräte durch ihre bekannte Qualität. Eine Reißprobe demonstriert auch hier die qualitativ hochwertige Verschweißung. Vorplast B70 erstmalig zum Verschweißen von 70 mm Gurtbändern. Das neueste Vorsthoff Produkt für den Planenverarbeiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017